Hallo alle zusammen. Herzlich willkommen zum dritten Teil meines Mercedes 206 D-Blogs. Hier am Mercedes, ich wollte jetzt mal ein kurzes Status-Update geben. Wie gesehen habe ich jetzt die Front zerlegt, den Kühler ausgebaut, um besser an Spritfilter, Lichtmaschine und Thermostat zu kommen. Neuen Spritfilter und Thermostat sind schon bestellt. Außerdem habe ich mal die Lima ausgebaut und mal kurz hier die Lampe anmachen. Ich weiß nicht, ob man sieht, diese Lima ist leider komplett am Ende. Die Kohlen sind komplett runter geschliffen und auch innen drin die Schleifringe sind deutlich eingelaufen. Außerdem, ich weiß nicht, ob man es jetzt hört, hört sich das Lager auch schon ziemlich fertig an. Genau, darum habe ich jetzt eine neue Lichtmaschine bestellt. Ich wollte erst schauen, ob ich hier vom MB100 die Lichtmaschine einbauen kann. Da habe ich aber das große Problem, dass es hier wesentlich hänger ist. Der Rahmen vom Hanomag ist enger als der vom MB100 gebaut. Hier sieht man wieder mal gut, dass eigentlich dieser Rahmen ursprünglich für einen kleinen Benzinmotor entwickelt wurde. Ob man erst später den Mercedes Diesel hier irgendwie reingequetscht hat. Hier vorne kann man auch gut sehen, dass hier sogar der Rahmen etwas in Form gebracht wurde. Hier habe ich jetzt kurz den Limahalter vom MB100. Der müsste eigentlich hier hin, würde aber hier hinten am Motorlager anstoßen und auch an sich wäre einfach nicht genug Platz für die wesentlich größere MB100 Lima. Darum habe ich jetzt eine neue Lima bestellt. Das ist aber eine mit direkt mit eingebauten Bosch Regler. Hier ist ja noch ein getrennter Lima Regler. Dieser fliegt dann quasi raus und die Lichtmaschine, die ganze Elektronik wird so umgebaut, dass es mit einem der typischen Bosch Regler betrieben werden kann. Ja, wie gesagt, ich habe jetzt hier vorne alles zerlegt, den Kühler, um einfach mal an Spritfilter und Thermostat zu kommen. Das sind auch so Sachen, die ich typischerweise bei jedem Auto, das ich zu mir bekomme, erst einmal neu mache. Dann ist erstmal alle Filter getauscht, Thermostat erneuert. Die Wasserpumpe wird geprüft. Hier in diesem Fall kann man dann immer gut machen, wie sich diese, ob die sauber dreht. Ob das Lager irgendwelche Geräusche macht. Das hört sich hier eigentlich gut an. Genau, was ich auch beim MB100 eigentlich immer mache, was ich hier auch machen würde, hier sind glaube ich sogar dieselben Lagerrummys, ist die Motorlagerrummys wechseln. Was man beim MB100 regelmäßig, also schon alle paar Jahre immer machen sollte, der Fahrkomfort verbessert sich deutlich und die Lärmreduzierung geht stark runter. Genau, jetzt wo wir hier vorne offen haben, komme ich auch mal gut hier an das Gasgestänge, um die Regulierung hier alles mal zu schmieren und auch andere Sachen zu machen. Hier übrigens interessant, das hier ist der Hebel für die Handbremse, also hier zieht man die Handbremse, über diese Umlenkung geht dieses Seil und die Handbremse geht beim Hanomag, da dieser auch vorne Trommelbremsen hat, auf die Vorderachse. Was ja eigentlich doch eher ungewöhnlich ist, also auch die meisten Autos, die ich kenne, mit vier Trommelbremsen, bremsen trotzdem meistens auf der Hinterachse mit der Handbremse. Okay, dann im Inneren hat sich jetzt auch einiges getan. Ich habe mal die Ventile überprüft, die waren noch top eingestellt. Man merkt, dass dieser Motor wurde Anfang 2013 eingebaut, im Frühjahr, und im Herbst 2013 wurde dieser Bus dann stillgelegt. Und in der Zwischenzeit wahrscheinlich auch nicht mehr sehr viel bewegt. Die Ventile waren noch super. Ganz wichtig, beim Ventile einstellen, also beim Ventile wechseln, immer neue Dichtungen verbauen. Man muss die nicht unbedingt jedes Mal, wenn man die regelmäßig macht, aber alle 1-2 Jahre kann man schon mal eine neue Dichtung verbauen. Da gebe ich als Tipp, kauf die Dichtung direkt bei Mercedes, da kostet die auch nicht mehr als im Zubehör, und die passen besser. Also selbst wenn man die teuren von L-Ring kauft, die auch 8-9 Euro kosten, was die von Mercedes beim Händler kostet, die fallen, wenn man die auf den Deckel aufsteckt, leichter wieder runter. Da hat man einfach viel mehr Ärger mit. Dann das nächste, was ich gemacht habe, ist, hier, der Bus hatte noch die alten Wendel oder Spirale, keine Ahnung, wie man die nennt, also die klassischen Glühkerzen verbaut. Die alle in eine Reihe geschalten sind, was den Nachteil hat, dass wenn eine kaputt geht, gehen alle nicht mehr. Und diese habe ich jetzt ersetzt, kurz hier auspacken, Kamera ablegen, ne, geh auf, habe ich jetzt durch modernere Stabglühkerzen ersetzt. Diese gibt es fertig zum Nachrüsten. Es gab sogar mal eine Zeit lang fertige Nachrüstsätze, die noch ein zusätzliches Relais dabei haben. Diese sind natürlich mittlerweile alle vergriffen, aber man bekommt diese Glühkerzen von verschiedenen Herstellern. Und der Unterschied ist, diese werden parallel. Anschaut hier, ich habe immer neue Leitungen gelegt. Man könnte auch von Glühkerze zu Glühkerze verbinden, aber ich hatte jetzt hier nur zweieinhalb Quadratkabel. Da habe ich mich entschieden, dass ich doch lieber alles auf die erste kontaktiere, wo hier dieses dicke vier Quadratkabel die Steuerung ankommt. Was hat das für einen Vorteil, dass ich jetzt hier die neueren Glühkerzen verbaut habe? Natürlich einmal die Ausfahrssicherheit. Wenn eine Glühkerze kaputt geht, kann ich immer noch starten, weil wenn drei vorglühen, langt dem oben 616 locker zum Anspringen. Ein anderer Vorteil ist eine deutlich kürzere Vorglühzeit. Also wir reden hier von 15 bis 20 Sekunden anstelle von 45 Sekunden bei sehr kalten Temperaturen. Genau, dann weitere Sachen, die ich gemacht habe. Der Startschalter hat innen drin eine komplett neue Elektronik bekommen. Da habe ich einen anderen Schalter zerlegt. Also den gleichen Typ, der jedoch nicht das Drahtseil, das hier zur Anschlussfumpe geht dran hatte. Und habe quasi aus dem neuen und alten wieder einen funktionsfähigen Schalter gemacht. Übrigens für alle anderen, die das machen wollen. Ich habe jetzt für den blanken Schalter ohne den Drahtzug, ich glaube knapp 35 Euro gezahlt. Mercedes hat aber nach dem komplette Teil, obwohl der Drahtzug auch nicht dabei ist, aber die komplette Mechanik dran ist, für noch knapp 60 Euro auf Lager liegen. Also bevor ihr euch da die Mühe macht, das Ganze umzubauen, was ein bisschen fummelig war und man musste vor allem auch diesen Käfig, ich weiß nicht, ob man das hier sieht, diesen Käfig, wo der Schalter drinnen sitzt, da aufbiegen. Bevor man sich die Arbeit macht, kann man glaube ich auch gedroht das Originalteil von Mercedes verbauen. Genau, wie gesagt, der Motor, ich kann ihn jetzt leider gerade nicht laufen lassen, weil jetzt die Hälfte fehlt, läuft, springt eigentlich super an, wenn er vorglüht. Und das ist eines, ja, ich bin eigentlich, also ich bin einfach von der Laufruhe von diesem Motor, so wie gesagt, man merkt, dass dieser Motor tatsächlich wenig Kilometer gelaufen haben muss. Also wenn ich dem Händler glauben darf, wo man immer ein wenig vorsichtig sein sollte, haben wir hier einen Motor aus einem Rentnerstrich 8, der sehr, sehr wenig Kilometer hatte, ich glaube, angeblich war er auf der Rechnung von 45.000 gestanden, glaube ich jetzt nicht ganz, der dann an den Enkel vererbt wurde und zwei Wochen später war der Wagen total schaden. Ich meine, solche Sachen passieren. Ob ich jetzt hier geringe Laufleistung glaube oder nicht, das ist meine Sache. Ich weiß nur, dass dieser Motor für einen 616er gut läuft und mehr ist mir eigentlich auch egal, auch wenn der jetzt 200.000 oder 300.000 gelaufen hätte. Solange er gut läuft, ist doch alles okay. Genau. So ist meine Aufgaben für die nächste Woche auf jeden Fall, wo ich hoffe, ich will mehr Zeit habe, mich hier um den Bus zu kümmern, damit er endlich mal wieder aus der Werkstatt rauskommt. Dann ist es die neuen Teile, die jetzt nach und nach kommen, zu verbauen. Die neue Lichtmaschine, die Elektronik wieder, die Heizung wird wieder eingebaut. Die habe ich ja auch komplett zerlegt. Ich habe den Lüftermotor, also habe ich das nicht sogar schon im letzten Vlog gesagt, den Lüftermotor neu geschmiert, gittergängig gemacht, den Wärmetauscher komplett ausgespült. Da kam echt ziemlich viel Siff raus. Ja, und vor allem hier Unmengen an Nüssen und dergleichen weggeräumt, also aus dem Wagen entfernt. Und diese ganzen alten Eichhörnchen-Nester entfernt. Ja, aber nächste Woche bin ich mir sicher, dass der eigentlich hier aus der Werkstatt wieder raus kann. Mir hat auch echt langsam Zeit. Ich habe auch andere Autos, um die ich mich kümmern muss. Ja, auf jeden Fall. Ich freue mich sehr über das große Interesse hier an unserem guten alten Mercedes 206D. Darum versuche ich jetzt auch hier regelmäßig dran zu bleiben und euch alle zwei Wochen vielleicht, so in dem Schnitt, ein neues Statusupdate zu geben. Es wird wohl in Zukunft nicht mehr ganz so viel Neuerungen immer geben, da ich jetzt auch erst mal mich um andere Dinge kümmern muss. Der nächste Sommer steht ja auch vor der Tür. Reisen, ich muss sagen, MB100 reisetauglich machen. Ich möchte im Frühjahr, sofern es eigentlich möglich ist, nach Marokko fahren. Die Grenzen sind ja wieder teilweise offen. Hat noch ein paar Einschränkungen. Die warte ich jetzt darauf, dass sie jetzt auch noch aufgehoben werden. Dass zumindest ein bisschen ein Reisen wieder möglich ist. Aber ich werde dann, glaube ich, über den anderen Bus auch mal einen Vlog machen. Wenn euch diese Form des Videos besser gefällt. Und natürlich muss ich mich jetzt echt mal wieder um MB100-Videos kümmern. Aber jetzt, lang der Hanomag die Bühne blockiert, kann ich nicht den nächsten Bus reinholen. In meiner Garage steht noch mein weißer MB100-Kastenwagen, der jetzt dringend zum Tüffen musste und seine Haarabnahme bekommen soll. Jedoch ist dort der lastabhängige Bremskraftleger-Arteffekt. Ich habe ja schon ein Neuteil liegen, das möchte ich dann einbauen. Und möchte euch dann ein Video zeigen, wie man den lastabhängigen Bremskraftleger wechselt. Und vor allem, wie man ihn richtig einstellt. Gut. Also, dann bedanke ich mich auf jeden Fall fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ade. Da. Da. Untertitelung des ZDF, 2020